Auf dem neuesten Stand der Technik großzügig, dimensioniert und absolut kundenorientiert. So präsentiert sich das neue Logistikzentrum von Eurogast Nussbaumer in Brucker-Namur. Gut zwei Millionen Euro wurden in das größte steirische Familienunternehmen für Gastronomie und Großverbraucher investiert. Es hat sich sehr viel verändert. Wir haben den ganzen CNC neu umgestaltet. Wir haben eine neue Tiefkühlwand mit über 30 Metern, in Österreich die erste energiesparende Fleischvitrine. Wir haben ein Logistikzentrum, wo wir gekühlte Auslieferungen haben. Die Rösterei wurde modernisiert und vieles mehr. Auf 2000 Quadratmeter Einkaufsfläche findet man alles, was das Herz begehrt und wie bei Eurogast Nussbaumer üblich, erhalten die Kunden während ihres Einkaufs im neu gestalteten Café Gratis-Café aus der hauseigenen Java-Rösterei. Der richtige Umgang mit diesen köstlichen Bohnen wird bei Eurogast Nussbaumer großgeschrieben. Im neu gestalteten Seminarraum werden mehrmals jährlich Kaffeeschulungen für Mitarbeiter und Gastronomen angeboten. Von Kaffeemalung bis hin zum Milchaufschäumen. Hier wird alles geleert. Mit der kompletten Neugestaltung des C&C in Bruck setzt die Firma Eurogast Nussbaumer einen Meilenstein im heimischen Handel. Wir haben 800 Betriebe beheimatet in unserer Stadt und jede Investition, die hier getätigt wird, ist unglaublich wichtig für die heimische Wirtschaft. Und ich kann der Familie Nussbaumer nur gratulieren, dass sie hier am Standort Bruck investiert hat, viel Geld in die Hand genommen hat und diesen Standort ausgebaut hat. Genießer haben es gut. Ein breites Sortiment und eine übersichtliche Warenpräsentation schaffen eine angenehme Einkaufsatmosphäre. Eurogast Nussbaumer – Ihr kompetenter Partner in Sachen Genuss.